Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er weiß ja, dass du es geklaut hast. Nein, ausgeliehen. Willst du mit? Ich bin Gillen übrigens. William. Was ist dein Plan? Ich suche meinen verrückten Bruder. Als wir zuletzt von ihm gehört haben, war er in Frankreich. Wir müssen also beide nach Frankreich. Erwischen Sie dich? Stecken Sie mich ins Gefängnis? Ich suche meinen Bruder. Hast du eine Aufenthaltsgenehmigung? Wir haben gerade so viele Probleme mit der Polizei. Wieso kommst du nicht mit? Mein Dad kann dir helfen. Und dann bist du damit von Marokko hierher. Hast du den Verstand verloren? Ich gehe nicht zurück zu Mom. Setz dich hin! Zwing mich doch. Wolltest du immer nach deinem Bruder suchen? Ich habe keinen Pass. Ich habe gar nichts. Ich bin hier nicht willkommen. Ich muss klug sein und nicht dumm. Jedes Ding, das wir gemacht haben, war verrückt, riskant und dumm. Ich brauche dich als meinen Freund. Das ist alles. Ja. Ja. Wir finden einen Weg. Versprochen. Wir machen dieyncrasie! Wir finden den Weg. Wir dürfen einen schrecklichen Wortelus. Wir haben uns ge均 IoVE, aus dem Weg zur EntfAS